Textbuch, Kapitel 13, Die schuldlose Welt, Nummer 2, Der schuldlose Sohn Gottes, Seite 239 bis 241. Textbuch, Kapitel 13, Der letztendliche Zweck der Projektion ist immer, schuldlos zu werden. Doch bezeichnenderweise versucht das Ego nur von seinem Standpunkt aus, die schuldlos zu werden. Denn so sehr auch das Ego die Schuld beibehalten will, du findest sie unerträglich, weil die Schuld deiner Erinnerung an Gott im Weg steht, dessen Anziehungskraft so stark ist, dass du ihr nicht widerstehen kannst. In dieser Frage findet dann die tiefste aller Spaltungen statt. Denn wenn du die Schuld beibehalten sollst, worauf das Ego beharrt, dann kannst du nicht du sein. Nur wenn das Ego dich davon überzeugt, dass es du ist, könnte es dich überhaupt dazu bringen, Schuld zu projizieren und sie dadurch in deinem Geist zu bewahren. Bedenke aber, welch sonderbare Lösung dieses Arrangement des Ego ist. Im Gegenteil, du bringst sie mit einer wunderlichen Ansammlung von Ego-Idealen in Verbindung, denen du, den Behauptungen des Ego zufolge, nicht gerecht geworden bist. Und dabei ahnst du nicht, dass du dem Sohn Gottes nicht gerecht wirst, wenn du ihn als schuldig ansiehst. Da du glaubst, dass du nicht mehr du selber bist, merkst du nicht, dass du dir selber nicht gerecht wirst. Der finsterste deiner verborgenen Ecksteine hält deinen Glauben an die Schuld aus deinem Bewusstsein fern. An diesem finsteren und geheimen Ort liegt nämlich die Einsicht, dass du Gottes Sohn verraten hast, indem du ihn zum Tod verurteilt hast. Du vermutest nicht einmal, dass diese mörderische, aber wahnsinnige Idee dort versteckt liegt. Denn der Zerstörungstrang des Ego ist so stark, dass nichts weniger als die Kreuzigung des Gottessohnes das Ego letzten Endes zufriedenstellen kann. Es weiß nicht, wer der Sohn Gottes ist, weil es blind ist. Doch lass es irgendwo Schuldlosigkeit wahrnehmen und es wird versuchen, sie zu zerstören, weil es Angst hat. Vieles am seltsamen Verhalten des Ego ist unmittelbar seiner Definition von Schuld zuzuschreiben. Für das Ego sind die Schuldlosen schuldig. Die nicht angreifen, sind seine Feinde, denn da sie seine Deutung der Erlösung nicht wertschätzen, befinden sie sich in einer ausgezeichneten Lage, um sie loszulassen. Sie sind dem finstersten und tiefsten Eckstein im Fundament des Ego nahegekommen. Und während das Ego dem Stand halten kann, dass du alles andere in Frage stellst, schützt es dieses eine Geheimnis mit seinem Leben. Denn seine Existenz hängt von der Wahrung dieses Geheimnisses ab. So ist es denn dieses Geheimnis, das wir uns ansehen müssen. Denn das Ego kann dich nicht gegen die Wahrheit schützen. Und in ihrer Gegenwart wird das Ego aufgelöst. Lass uns im stillen Licht der Wahrheit begreifen, dass du glaubst, du hättest Gottes Sohn gekreuzigt. Du hast dieses schreckliche Geheimnis nicht eingestanden, weil es immer noch dein Wunsch wäre, ihn zu kreuzigen, wenn du ihn finden könntest. Doch der Wunsch hat ihn vor dir verborgen, weil dieser Wunsch sehr furchterregend ist. Und deshalb fürchtest du dich, ihn zu finden. Du wirst mit diesem Wunsch, dich selbst zu töten, fertig, indem du nicht erkennst, wer du bist und dich mit etwas anderem identifizierst. Du hast blindlings- und wahllos Schuld projiziert, aber du hast ihre Quelle nicht aufgedeckt. Denn das Ego will dich tatsächlich töten und wenn du dich mit ihm identifizierst, musst du glauben, dass sein Ziel das Deine ist. Ich sagte, dass die Kreuzigung das Symbol des Ego ist. Als es mit der wirklichen Schuldlosigkeit des Gottessohnes konfrontiert wurde, versuchte es, ihn zu töten. Und der Grund, den es vorgab, war der, dass Schuldlosigkeit eine Gotteslästerung sei. Für das Ego ist das Ego Gott. Und Schuldlosigkeit muss als die endgültige Schuld gedeutet werden, die Mord völlig rechtfertigt. Du verstehst noch nicht, dass jede Angst, die du vielleicht im Zusammenhang mit diesem Kurs verspürst, letztlich von dieser Deutung herrührt. Wenn du aber überdenkst, wie du auf ihn reagierst, wirst du immer mehr zur Überzeugung kommen, dass dem so ist. In diesem Kurs wurde ausdrücklich gesagt, dass sein Ziel für dich Glück und Frieden ist. Und dennoch hast du Angst vor ihm. Es wurde dir immer wieder gesagt, dass er dich befreien wird. Doch manchmal reagierst du, als versuche er, dich einzusperren. Du tust ihn oft bereitwilliger ab, als du das Denksystem des Ego abtust. Bis zu einem gewissen Grad musst du also glauben, dass du dich selber schützt, wenn du den Kurs nicht lernst. Und du begreifst nicht, dass nur deine Schuldlosigkeit dich schützen kann. Die Sühne ist immer als Befreien von der Schuld gedeutet worden. Und das ist richtig, wenn man es versteht. Doch sogar, wenn ich es für dich deute, weißt du es vielleicht zurück und nimmst es nicht für dich selber an. Du hast vielleicht die Nichtigkeit des Ego und seine Angebote erkannt. Aber obgleich du sie nicht haben willst, betrachtest du die Alternative möglicherweise noch nicht mit Freude. Im Extremfall hast du Angst vor der Erlösung und glaubst, dass sie dich töten wird. Täusche dich nicht über das Ausmaß dieser Angst. Denn du glaubst, im Angesicht der Wahrheit könntest du dich womöglich gegen dich selbst wenden. und dich selbst zerstören. Kleines Kind, dem ist nicht so. Dein schuldbeladenes Geheimnis ist nichts. Und wenn du es nur zum Licht bringst, wird das Licht es auflösen. Und dann wird keine dunkle Wolke mehr zwischen dir und der Erinnerung an deinen Vater stehen. Denn du wirst dich an seinen schuldlosen Sohn erinnern, der nicht gestorben ist, weil er unsterblich ist. Und du wirst sehen, dass du mit ihm erlöst worden bist und nie von ihm getrennt warst. In diesem Verständnis liegt deine Erinnerung, denn es ist das Erkennen der Liebe ohne Angst. Im Himmel wird große Freude über deine Heimkehr herrschen und die Freude wird die deine sein. Denn der erlöste Menschensohn ist der schuldlose Sohn Gottes und ihn wiederzuerkennen ist deine Erlösung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!